Guten Tag! Ich bin Ihr persönlicher Shopping-Assistent. Mein Name ist Luxa. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche eine Unterhose in Größe M. Sie können sich gerne eine Farbe aussuchen. Soll ich Ihnen eine empfehlen? Ja. Sind Sie von der Hautfarbe her eher ein dunkler Typ oder ein heller Typ? Ich bin eher ein heller Typ. Gut, dann empfehle ich Ihnen die blaue. Darf ich Ihren Artikel schon einmal in den Warenkorb legen? Ja. Gerne. Sagen wir mal, gibt es die Unterhose in Rot? Ja klar, die Unterhose gibt es auch in Rot. Soll ich sie Ihnen in Größe M in den Warenkorb legen? Das ist alles. Ich bin nicht fertig. Ich bin zidene. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht die Unterhose.